So, moin moin auf meinem Kanal. Ich hoffe diesmal meine Stimme hört man besser. Klicken wir erstmal so. So erstmal raus. Nochmal willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe diesmal stimmen die Soundeinstellungen. Ja komm, ich komme mit mich hier. Ich bin von Normandy diesmal mit der SS. Gegen, müssten die Ammen, gegen irgendwelche Alliierten. Wieder nur Panzer. Und ich habe verhältnismäßig wenige Panzer. Also, ja. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Die eigentlich echt gut für Panzer ist, würde ich sagen. Infanterie wäre zwar auf der Karte echt geil gewesen. Aber, kann ich alles im Leben haben und suchen erstmal das Hauptquartier. Beziehungsweise ziehen alle nach hier. Müssten ja jetzt alle sein. So. Ihr könnt auch gerne Wünsche hervorbringen. Zu Spielen oder zur Mission. Die ich spielen sollte. Ich werde natürlich versuchen, alles, wenn möglich, zu schaffen. Aber seht es mir bitte nach. Wenn mir Familie wichtiger ist als alles andere. Müssen wir mal gucken. Versuch mal. Ich hoffe, der kommt da durch den Scheißzaun durch. Könnte ich theoretisch... Ich habe hier so meine Vorstellung. Erkläre ich euch dann, wenn ich alles eingestellt habe. Der soll auf jeden Fall hier hin. Ich finde den Sound allein schon gut. Combat Mission hat zwar jetzt nicht so die geile Grafik. Muss man einfach mal sagen. Aber bei dem Spiel geht es ja auch nicht darum, geil auszusehen. Sondern eher darum, was zu leisten. Beziehungsweise was zu bringen. Moment. Da steht... Ja, doch, der könnte vielleicht doch noch. Muss ja noch ein bisschen planen. Jetzt habe ich da schon den letzten... Egal. Auch wiederum Blickkontakt. So. So. Also, wir versuchen jetzt mit drei Panzern das hier zu halten. Mit zwei das. Mit den drei Panzern hier unten versuchen wir hier zu schließen. Vielleicht kann ich das auch noch einsetzen. Mal gucken, ob das so funktioniert wie soll. Äh... Snowdenhook. Ja. Sieht man daran, dass wir auf Holland sind. Oder in Holland. Snowdenhook. Guter Name. Ich weiß nicht. Ich bin am überlegen, vielleicht mal ein größeres Gefecht zu machen. Also mit deutlich mehr Einheiten. Aber an sich... Bin ich mir sicher... Man, das muss mir das Snowdenhook eingeben. Tut mir leid. Snowdenhook. Ach Gott, ey. Snowdenhook. Gibt's nicht mal. Äh, an sich bin ich mir sicher, dass wenn ich zu viele Einheiten habe, dass ich da vollkommen durcheinander komme. Aber ich will euch auch was bieten. Wenn ihr sagt, wir wollen mal ganze Divisionen haben. Sagen wir, ganzes Bataillon. Dann kann ich das auch versuchen. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Und hier kommen sie durch. Das ist doch schon mal gut. Schießt er hier? Er... Ja. Das ist doch mal gut. Oh ja. Ich versuche mal mit ihm hier... Langsam da rein zu kommen. Oh ja. Ja, doch. Das ist gut, wenn er sich weiter zurückzieht. Scheiße. Vielleicht muss... Ah, doch. Alles klar, mit was? Okay. Hab's mir anders überlegt, Jungs. Ihr müsst mal... Weiter. So. Ich hab die Befürchtung, dass diese komische Artillerie, die hier eben stand, meine Einheiten wegballert. Zum Beispiel, wie die hier. Ah, Gott. Scheiße. Naja. Äh. Der sieht mir dann doch ein bisschen... Zu weit vorne aus. Die hier werden wir zurückziehen. Ich könnte theoretisch... Ich weiß jetzt nicht, ob die hier durchschießen können. Aber hier sicherlich. Okay. Neuer Plan. Wir versuchen jetzt mit einem hier hinzukommen. Dann nehmen wir aber deutlich den längeren Weg in Kauf. Ich hoffe, das ist ein guter Plan. Ey, dieses Ding, was... Ich glaube, es stimmt so eine kurze Selbstfahrlaffette. Ja, klar. Meine Fresse. Aber gut, wenn ihr das wisst. Ich habe allein schon zwei Panzer verloren, was eigentlich überhaupt nicht gut ist. Das nächste Mal hoffe ich echt, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, Panther oder sowas bekomme. So. Ich gebe es einfach mal Google Maps. Äh, Snowdenhook ein. Sehr geil. Von mir aus drei Stunden. 42. Hammer. Wo sind wir denn das hier? In der Nähe von... Okay, was ist das? Radarkamera. Alles klar. Arnhem. Okay. Meinetwegen. Danke. Panzer ausgefallen. Geil. Sag mir jetzt nicht, dass der... Ja, es geht doch schon wieder so los. Wirklich. Der bleibt da. Okay. Okay. Steigt er auch wieder ein. Er steigt einfach nicht wieder ein. Versucht, da er ja alles sichern muss, versucht man mit dem Panzer wieder hier rein zu kommen. Ich hoffe, dass der überlebt. Ich hoffe es einfach. So. Ja, es hat sich, äh, wohl gerade erledigt. Meine Güte. Wirklich. Ah. Verzeihung. Warum darf ich da denn ausgestiegen? Hä? Okay. Geil. Deutlich mehr Einheiten, also ich, beziehungsweise in dem Fall bessere. Ausgestiegen. Wieso darfst du da jetzt nicht, äh, einsteigen? Gering ist das. Sollte echt das nächste Mal hoffen, wie schon gesagt, auf einen Panther oder Tiger. Oder sogar auf einen Königstiger. Aber das ist hier gerade echt, äh, nicht mehr lustig. Meine Güte. Meine Güte. Vor allem, er kommt auch einfach schon mit allen. Könnte ich ja theoretisch, ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Fehler, aber vielleicht schaffe ich ja noch ein paar auszuschalten. Mit einem Panzer. Wird auf jeden Fall interessant. Äh, erster Stockwerk. Da kann er drinbleiben, meinetwegen. Scheiß, die Wand an, äh. Prima. Lädt nach, prima. Oh! Toll. Ja, ich dachte jetzt, ich hätte irgendwas Gutes ausgeschaltet. Nein, wir haben... Nein, ich weiß nicht mehr, was das war, aber ein Radfahrzeug ausgeschaltet. Meine Güte. Ja, äh. Das war's dann auch wieder mit dem Panzerregiment. Scheiße. Die Frage, eigentlich müsste ich ja echt versuchen, irgendwas zu reißen. Aber in echt will ich auch abhauen, äh, nicht abhauen, sondern nennen wir es mal Rückzug. Ey. So, Rückzug hierhin. Ach, scheiße. Ach, scheiße. 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 Mein Tapferra-Panzer hier. Vor allem, er schaltet mich genauso wie beim letzten Mal sehr, sehr schnell aus. Wirklich, überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, die Panzerbesatzung ist sowieso tot. Also ganz ehrlich, genauso wie sie, ja, wird sterben. Ich hoffe, die Karte heißt auch Snowden-Hook, Snowden-Hook, keine Ahnung. Dann kann ich erst mal versuchen mit mehr Einheiten, beziehungsweise mal mit Infanterieeinheiten. Das wäre dann wahrscheinlich deutlich interessanter. Dann wäre ich nämlich hier rein. Hier. Vielleicht hier ein MG oder, keine Ahnung, Scharfschütze-Aufklage, irgendwie sowas. Da muss er sich nämlich hier durcharbeiten. Theoretisch kann er dann natürlich auch seine Infanterie hier reinpacken. Aber ich habe hier, denke ich mal, stärkere Positionen. Oh je. Snowden-Hook. Geil. Ganz ehrlich, ich... Wir müssen jetzt irgendeinen Vorstoß machen. Theoretisch könnte ich ja... Natürlich könnte er mit ihm hier jetzt hier lang, hier, hier... Ja doch, theoretisch könnte ich... Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber, einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Wenn ich nicht vorher abgeschossen werde. Ich lebe noch, ich lebe noch, Schütze-Dretz. Er hat wahrscheinlich was gesehen. Genau das habe ich echt erwartet. Irgendwo habe ich das erwartet. Dann versuche ich mal, mit den Einheiten irgendwie rauszukommen. Prima. Geil. Wir haben dann doch ein bisschen zu stark durchgepusht. Na komm. Aber ich glaube, wir haben länger überlegt als bei einem anderen. Beim Panzerregiment 100. Das hat, glaube ich, nicht so lange gedauert. Die sind komplett... Nee, gar nicht, nicht komplett tot. Die sind aber komplett tot. Geil. Hammer. Danke. Prima. Äh... Ja, äh... Dann warten wir jetzt, bis das Spiel vorbei ist. Bis die Zeit abgelaufen ist. Und dann... Ach, Gott. Das ist einfach so erbärmlich. Bin ich so schlecht? Keine Ahnung. Mach ich irgendwelche besonderen Fehler? Ich dachte echt, diese Station hier wäre echt gut. Aber... War wohl nicht so. Hm. Na komm, spiele. Ich habe überhaupt keine funktionierenden Einheiten mehr. Das heißt, theoretisch müsste es ja gleich vorbei sein. Ja, oh Gott. Das ist schon peinlich. Das ist einfach peinlich, wirklich. Das ist... Nicht mehr normal. Das ist... Ich denke, oder ich hoffe mal, dass bei 15 Minuten jetzt aufhört. Ne, ganz ehrlich, was soll ich hier noch groß drin bleiben? Oha. Prima. Geil. Ich weiß nicht, soll ich mal... Opfern? Ne, ja, ich muss wahrscheinlich nicht opfern. Prima. Geil. Hammer. Oh Gott, war doch schlecht. Tut mir leid. Ich dachte, ich habe es besser. Naja. Das nächste Mal wird es hoffentlich besser. Ach, scheiße. Aber ich bin echt am überlegen, wieso die dieses Spiel so schwierig gemacht haben für Multiplayer. Ne, soweit ich das mitbekommen habe und auch gespielt habe, funktioniert das nur richtig über dieses komische Hotmail oder wie es heißt. Also, E-Mails hin- und herschickt mit den Speicherdateien. Nämlich dieses Echtzeit über IP-Adress, das hat bei mir noch nie funktioniert, bei mir und den Kumpels. Das weiß ich echt nicht, was ich da gemacht habe. Oh. Meine Güte. Ja, äh, können wir hier aufgeben oder so? Ja. Aufgabe. Ja. Ja. Okay, äh, können wir mal gucken. Kampffahrzeuge verloren. Drei, ich habe alleine acht. Ach, du Scheiße. Okay. Naja, gut, äh, aber so viel Panzer hatte der, der hatte Anti-Panzer. Okay. Äh, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich mich wollen. Untertitelung des ZDF, 2020